Freunde, die Schatzsuche Auszüge aus dem Buch von Helme Heine und Gisela von Radowitz Belz und Gehlberg Episode 1 Zu dritt fuhren die Freunde auf ihrem Fahrrad in den Tag hinein, denn richtige Freunde braten immer gemeinsam. Franz von Hahn krallte sich an den Lenker. Das beherrschte er wie im Schlaf, denn so verbrachte er jede Nacht auf dem Hühnerstammel. Jetzt folgte er seiner Schnabelspitze und sein Regenbogenschwanz knatterte im Fahrtwind wie eine Fahne im Sturm. Der dicke Waldemar war der Motor. Mit beiden Füßen stand er auf dem rechten Pedal, das er mübellos durch sein Körpergewicht hinunterdrückte. Unten angekommen, machte er sich etwas leichter, streckte sich aus der Kniebeuge in die Höhe, zog seinen Bauch ein und schon war er wieder oben und konnte von vorn beginnen. Johnny Mauser stand auf der gegenüberliegenden Seite. Er hielt das Gleichgewicht. Breitbeinig thronte er mit ausgebreiteten Armen auf dem gegenüberliegenden Pedal. In den Rechtskommeln, wenn die Reifen quietschen, rührte er sich weit hinaus. Bogen sie nach links ab, ging er in die Hocke und schmiegte seine Arme eng an den Körper. So ralteten sie über Wiesen und Felder. Kein Weg war ihnen zu steinig, kein Abwand zu steil, keine Pfitze zu tief, keine Kurve zu scharf. Verschwitzt erreichten sie den Dorfteich und sprangen in ihr Piratenschiff. Ahoy! Johnny war der Kapitän. Er kannte jeden Felsen im Wasser, der ihnen gefährlich werden konnte. Franz war das Siegel. Er stellte sich auf den angebrochenen Mast in der Mitte des Bootes, öffnete seine Flügel und nutzte jedes Lüftchen. Der dicke Wallmer war das Kieschwein. Er machte sich auf den Schiffblanken bequem, lehnte den Kopf an die Ruderbank und hängte einen Abend lässig über die Reling ins Wasser. Man konnte glauben, dass er sich von der anstrengenden Fahrradfahrt ausruhen musste, aber das täuschte. Er verstopfte mit seinen dicken Schinken ein Leck im Rumpf. Er war der Stöpsel. Mit rauschender Bugwelle durchpflügten sie den Dorfteich. Sie jubelten, wenn die Schwäne aufflogen, wenn die Blässehühne abtauchten und die Frösche sich mit einem Kopfsprung von den Seelrosenblättern ins tiefe Wasser retzten. Eines Tages, so schworen sie einander, würden sie mit dem Boot den Fluss hinunterfahren bis ins große Meer. Sie würden die Welt erobern und die Abenteuer erleben, die man nur aus Büchern kennt. Sie malten sich aus, wie es sein würde dort in der fernsten Ferne. Da muss keiner Betten machen und sein Zimmer aufräumen, sagte Waldemar. Piraten putzen keine Zähne und keine Fensterscheiben. Sie kämmen sich nicht und verstecken ihre Haare unter einem Kopftuch. Und sie besitzen richtige Säbel, so öffnet Johnny sehnsüchtig. Dort hinter dem Horizont können sie tun und lassen, was sie wollen. Sie können die ganze Nacht aufbleiben. Niemand teilt Befehle aus. Sie müssen keinen Salat essen, nur weil er gesund ist. Sie können so laut und so lange schreien, bis ihre Kehle wund ist, sagte Franz. Selten waren sich die drei Freunde so einig wie heute. Als gefeierte Helden würden sie irgendwann nach Hause zurückkehren und ihren wohlverdienten Ruhestand im Kreise der Muldewapper verbringen. Denn was nutzten ihnen die aufregendsten, unglaublichsten Geschichten und spannendsten Abenteuer, wenn niemand davon erführe? Helden sind erst Helden, wenn sie in einer Heldengeschichte mitspielen. In der Mittagssonne hatte sich der Wind gelegt und auch die Freunde waren schläfrig geworden. Die Segelflügel von Franz hingen schlaff herab. Johnny zog das Steuerruder ein und gönnte sich ein Nickerchen. Nur der dicke Waldemar war hellwach, genauer gesagt sein Magen. Wenn du mich liebst, meldete der Bauch dem Kopf, dann gönnst du mir jetzt die Melone, die ihr mitgenommen habt. Doch die lag im hinteren Teil des Bootes unter der Ruderbank. Waldemar hätte aufstehen müssen, um sie zu holen. Aber ohne Stöpsel würde das Boot untergehen. Franz und Johnny wollte er nicht wecken. Schließlich waren sie Freunde. Und richtige Freunde reißt man nicht mir nichts, dir nichts aus dem Schlaf. Tief unter dem Kiel des Bootes, auf dem Grund des Dorfteiches, lag ein riesiger Hecht auf der Lauer. Die Strahlen der Sonne überwinden mühelos Millionen von Kilometern bis zur Erde. Aber im Wasser geht ihnen schon nach wenigen Metern das Licht aus. So herrscht dort unten ewige Finsternis. Die Tatsache kam dem räuberischen Hecht zugute. Bewegungslos lag er da wie ein toter Ast und wartete auf ein Opfer, das dicht an seiner Nase vorbeischwimmen würde. Heute schien er Glück zu haben. Er spürte, dass ein großer Fisch sich näherte. Er konnte ihn nicht sehen, aber an der Art, wie er an den Algen herum mümelte, erkannte der Hecht, dass es ein Karpfen war. Eine Chorelle oder ein Zander würde zuschnappen und sein Mal so hastig herunterschlucken, wie jeder Raubfisch es tat. Ein Karpfen aber nimmt sich Zeit beim Essen, der alte Vegetarier. Er kostet hier und da, spuckt es wieder aus, lascht erneut. Schrecklich damit echt. Wenn ich so wäre wie der, wäre ich schon längst verhundert. Sein Festmahl kam langsam näher. Es war ein großer Spiegelkarpfen. Spiegelkarpfen schmeckten ein wenig nach Schlamm. Aber wer seit zwei Wochen nichts gegessen hat, ist nicht fehlerisch. Endlich war das Opfer in Reichweite. Mit einem gewaltigen Schwanzschlag schoss der Hecht aus der Decke und ross das Maul weit auf, um seine nadelspitzen Zähne in das bemooste Schuppenkleid des Karpfens zu schlagen. Doch eine Plastiktüte, die zwischen ihnen im Wasser schwebte, verhinderte den Mordanschlag. Eine wilde Verfolgungsjagd begann. Der Hecht war ein geborener Sprinter. Er war schnell. Sehr schnell. Aber der alte Karpfen, der sich eher für den Marathon eignete, wich ihm immer wieder so geschickt aus, dass der Hecht weit übers Ziel hinausschoss und eher beidrehen konnte, hatte der Karpfen etliche Meter Vorsprung gewonnen. Das ging eine Zeit lang gut. Doch dann hatte er keine Puste mehr. Mit einem Verzweiflungssprung katapultierte er sich durch die Wasseroberfläche und plumpste in der Segelbutter Freunde, wo er erschöpft liegen ging. Wir haben Besuch, staunte der dicke Waldemar und weckte nun doch seine beiden Freunde. Gibt das eine Mahlzeit? Der Karpfen protestierte, aber niemand fing ihn zu hören. Unter Wasser hat ihn jeder verstanden, aber hier oben war er stumm wie ein Fisch, war er ja auch warm. Ist der schön, bewunderte Johnny den Gast und fuhr andächtig mit seinen Fingerspitzen über die goldenen Schuppen. Danke, gabste der Karpfen. Danke, danke. Er atmet noch, stellte Franz ja nüchtern fest. Die kann man doch nicht essen. Du bist ein unverbesserlicher Körnerfresser, Braunstein Waldemar, Fisch ist gesund. Im alten Karpfen ging die Luft aus. Er nahm die drei Fremden nur noch als Schatten wahr. Viel Zeit blieb ihm nicht mehr, bis er ohnmächtig werden und sein Leben aushauchen würde. Doch plötzlich fühlte er sich in die Höhe gehoben. Er schien zu schweben. War er auf dem Weg in den Himmel? Im großen Bogen landete er wieder im Dorfteich. Lebt wohl, mein schöner Braten, sollste Waldemar. Ich wurde überstummt. Der alte Katzen umkreiste das Boot so lange, bis er seine Stimme wieder fand. Das werde ich euch nie vergessen, blubberte er dankbar. Er riss sein Maul auf, spuckte eine Flasche aus und verschwand in der Tiefe. Er riss sein Maul auf. Er riss sein Maul auf, spuckte eine Flasche aus. Er sector für Dachern auf, spuckte eine Flasche aus. Das Cro lifetimeultur kann dir die Flasche aus. Er dritte, dass er und hier vor sich empresas macht. Das war es gut cephe! Vielen Dank.